Ich als Pumper versuche meinen kompletten Kalorienbedarf nur mit Brokkoli zu decken. Haha, ja! Der ganze Brokkoli hat 39 Kalorien auf 100 Gramm und derzeit befinde ich mich zum Glück in der Diät. Das heißt, ich muss nur 2200 Kalorien, also ungefähr 4 Kilogramm Brokkoli jetzt. Ihr werdet es nicht glauben, als erstes steht auf der Speisekarte ein Kilo Brokkoli. Und dann fing das Ganze in sich hineinstopfen an. Auch wenn es nicht so viele Kalorien sind, ist es eine riesige Menge an Essen. Und deswegen habe ich es mal rohe gegessen, mal gekocht, aber auf jeden Fall immer unterwegs, um es so über den Tag perfekt zu verteilen. Mittlerweile beim zweiten Kilo Brokkoli angelangt. Ab dem dritten Kilo konnte ich es wirklich nicht mehr sehen und es fiel mir sehr schwer weiter zu essen. Und da war noch ein weiteres Problem. Leute, ich habe Blähungen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. In der letzten Stunde habe ich nochmal alles gegeben, einfach nur noch rein, rein, rein. Trotzdem habe ich es nicht geschafft. 1530 Kalorien durch Brokkoli. Sagt gerne mal in die Kommentare, was kann ich als nächstes probieren?